Wir sind das Wassercafé und das Wassercafé lädt die Menschen ein, in einem Café ein Glas Wasser zu trinken. Wie in jedem Café bekommt man eine Menükarte, aber wenn man die öffnet, dann sieht man das Wort Wasser in 54 verschiedenen Sprachen und ist eingeladen, ein Glas Wasser zu trinken. Und wir, ohne zu sprechen, bedienen die Gäste und entführen sie in kleine, humoreske Spiele. Die Leute waren sehr offen und waren sehr mit bei uns und haben sehr gut mitgespielt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß. Die Leute waren sehr wunderschön und gere wiederseiten. Das nächste Mal die Forum. Die Leute waren sehr